Leute, die Sache ist die, ja, ich habe gerade, also ich nehme jetzt diese Aufnahme hinterher auf, ja, und ich habe, also ich habe eigentlich gar nichts gemacht, ich habe alles gemacht wie immer, aber dieses scheiß Bandicam fucking Programm, ja, das hat den Ingame Sound nicht aufgenommen und irgendwie meine Stimme nur aufgenommen, dabei müsste das scheiß Programm eigentlich nur den Ingame Sound aufnehmen. Ich habe keine Ahnung, warum das so scheiße ist und deswegen tut es mir jetzt leid, damit im, im, im Video jetzt bloß der, der, mein Sound, also meine Stimme ist aber kein Ingame Sound. Sorry, aber ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Viel Spaß. Heydi, howdy, howdy, hooy, hoho, Leute, was geht ab? Ähm, zweites Spiel an dem Abend, in dem ich besoffen was spiele, und das zweite Spiel ist ein Spiel, was ich noch nie in meinem Leben im Mehrspiel, Mehrspielermodus gespielt habe. Ich muss noch was trinken. Moment. Irgendwann muss ich auch mal kotzen, glaube ich. Moment. Also ich kotze jetzt nicht. Ich trinke jetzt noch ein bisschen mehr, meine ich. So, Moment. Ich muss die Tasten finden. So, das zweite Spiel ist ein Spiel, was ich noch nie online gespielt habe, ja? Und zwar Homefront. Ich habe zwar die Singleplayer-Kampagne durchgespielt, aber ich habe mehr Spieler noch nie in meinem fucking Leben angerührt, ja? Und das ist jetzt quasi für euch wie vermisch eine Primäre. Okay, für euch vielleicht weniger, weil einer von euch bestimmt schon mal das gesehen hat und so. Aber ist egal, ja? Das ist jetzt quasi Blind. Ein Drunken Blind Let's Play. Fuck yeah, was für ein geiler Name. Oh, ich schlabe wieder zu viel. So, ähm. Wir machen einfach mal Spielbeitreten. Äh. Spieltyp. Was ist B-E-K? Ich habe keine Ahnung, was ist B-E-K. Team Deathmatch. Ich habe es gefunden. Äh. 13 von 24 und so was. Oh Gott. Also langsam kommt es mir hoch. So, ähm. Machen wir einfach mal. Äh. Spielbetreten. Oh Gott. Ich habe ein bisschen einen Schluck auf und so. Mir geht's gut. So. Um was geht's hier? Ich habe keinen fucking Plan. Äh. Wo? Ich muss einfach draufdrücken. Team basiertes, basiertes Erscheinen. Keine Fahrzeuge. Okay. MP. Schwer-Scharf-Schützt-Taktisch. Äh. Angriff. Ich will ja angreifen. Wo muss ich drauf? Äh. End stehen? Ah. Ich glaube, es war richtig. Ich glaube, ich bin voll dabei. So. Auf wen muss ich schießen? Ich habe keine Ahnung. Ich habe das Spiel noch nie online gespielt. Deswegen habe ich keinen Plan, wo ich hin muss. Und auf wen ich schießen muss. Ich denke mal, die roten Punkte sind wieder die Gegner. Ich kann es euch aber auch nicht so ganz genau sagen. Also, du müsst quasi in dem Haus da hin. Da schießt einer auf mich. Ich bin tot. Äh. Fuck you. Okay. Ich bin wieder am Anfang. Okay. Wir machen den ganzen Spaß jetzt nochmal. Ich würde sagen, ich schließe mich. Ich sehe dich an. Hallo. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Und ganz viele meiner Abonnenten sehen dich auch. Hallo. Ich kann dir nicht mal in den Kopf schießen. So. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal da rüber. Ähm. Ihr habt sowas von keine Ahnung. Da. War. Ich habe ihn getötet. Ich habe ihn getötet. Ich habe den. Stopp. Er hat aber einen Kill gemacht. Ich habe einen Kill gemacht. Ich habe ein. Was steht hier eigentlich? Ent. Entstehen. Warum steht hier Entstehen? Das gibt keinen Sinn für mich. So. Ich habe aber einen Kill gemacht. Ich habe einen. Das war mein erster Kill in. In. Wie heißt das Spiel? Homefront. In Homefront. Mein erster. Da. 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 Boah. Gut. Da. Da. Ja, schon wieder so ein Bierall, so Auf jeden Fall Brauche ich MP Achso, Entsteh, Entstellt Mein Ziel ist wieder 5 Kills Wie tuckt man sich hier eigentlich, wie legt man sich da hin und so Ich verstehe das scheiß Spiel nicht Ich verstehe das, ich fick dich, ich fick dich, sowas von Ich fuck you up, Alter Ficke dich Lip, Lip, Lip Wie heißt du, lippisch Ich konnt's nicht lesen Mein Mikrofon geht immer weg So, Entstehen Ich verstehe es nicht So, wo ist Da war die Bitch, da war die Bitch, da war die Komm her Komm, Budi, Budi, Budi Komm her Komm doch her, du Bitch Warum tötet mich ein Lip, Lipa, Schananas Lipi, Papaya Ach komm schon Ist doch saudumm Ich seh dich, ja ich seh dich auch Danke für die Info Wo zur Hölle schießt einer auf mich Das Spiel ist mal blöd Jeder schießt auf mich Warum kann ich mich nicht ducken Achso, ich kann mich ducken Okay, wir gehen das Ganze jetzt Total In Ruhe an Jetzt mal ohne Scheiß Ich mach jetzt ruhig Kill bestätigt Ich bin jetzt mal Nicht besoffen Und versuch jetzt einfach mal Den, den zu killen Den Ich brauch hier immer noch zwei Kills Damit ich Gut bin Ich meine, damit ich Meine Mindestanforderung geschafft Ich hab ihn getötet Sie haben Den God getötet Fuck yeah Fuck yeah So, ähm Ja So Kommst da mal her Ich brauch noch einen Kill Damit ich mich gut fühle Labidu Labidu Wie du Wie du Wo muss ich denn hin Ich finde Kein Gegner Ich sing Ja Okay Das ist irgendwie nerven Ich geb's ja zu Wie Ja, so Wo sind die Gegners Ich brauch mehr Bier Mein Bier ist schon wieder Alle So, ähm Ich will mit dir Gein Magazin tauschen Ich hab doch gar keinen Warum redet da einer mit mir Und ich hab aber Hauptsache Macht Ich geh jetzt mal Die Treppe da hoch Von der Umkammer Bestimmt die Leute Abschießen Ha Ich geh jetzt mal Aufs Dach So Und hier Bleib ich jetzt stehen Und schieß Alter Du hast ne fucking Bazooka Alter Ich hab vor Meinen Ich hab vor den Respekt Die haben ne fucking Bazooka Ich will doch Nur einen töten Möch doch Nur einen töten Wie sich das anhört Ich möcht doch nur Einen töten So Ähm Jetzt kommt noch mal Wo? Oh ich will Das Dach ist mal saulangweilig Da Da war einer Wo kam der plötzlich her Das ist echt blöd Okay Wir konzentrieren uns Marsch Ähm Ich bräuchte mal noch Ein Bier Glaub ich So Da Brr 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 Ha 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 Opfer 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 Brr Brr Hi 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 Ha Ha Wie ich grad die Leute Abkack Brr Ich bin grad voll am Start Und noch ein Und noch ein Ich grad am Start Bin Ich bin grad voll gut Ihr Loser Oh fuck yeah Ich hab schon viel Ich bin grad saugut Wo kommt denn der urplösliche Skill her Das ist mal genial Okay Ich muss mich konzentrieren Ich muss jetzt ruhig bleiben Damit ich nicht rum fail Ja Aber Ah Wozu Komm bloß her du Bastard Ich Bin grad voll in der Killstrike Mode Bitch Yeah Okay 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 Ruhig bleiben Woza Ich bin grad so gut Ich fühl mich grad auch so gut Nach diesem Nach diesem Rush Oder wie man das nennt Ja Ich hab ihn angeschossen Der muss Der muss blutend am 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 Boden liegen Wie ich schon angeschossen hab grad Ich hab schon wieder eingetötet Haha Ich hab schon wieder eingetötet Ich hab Da ist noch einer Komm 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 Ich muss nachladen Nein Okay Ich bin grad voll am Start Wie viel Platz bin ich denn eigentlich Ich bin dritter bei uns in der Mannschaft Fuck yeah Ich bin saugut grad Ähm Mein Mikro Bleib hier So Na Ich brauch Moment Ich hol mir mal noch ein Bier Ich find kein Bier Ich hab ein Bier gefunden So Moment Die Zeit muss sein Ich hab mir die Hälfte über mein Knie gekippt Ich hoffe Oh nein mein PC hat was ab Moment Mein PC hat was abgekriegt Wenn mein PC was von Bier abkriegt Dann bin ich echt Penibel So Mein Bier scheint Äh Mein PC scheint Wieder gut zu gehen Moment Weil Oder wenn dem was Wenn mein PC was passiert Dann ist es vorbei So Weil der ist mir heilig Weil der war teuer Weil zweieinhalb tausend Euro PC Ist echt nicht so So ne Der ist nicht so Der ist anders So ähm Jetzt geht's Äh Wie lang geht denn eigentlich der Scheiß hier Kann man das mal nachher erzählen Wie lang der Spaß hier überhaupt geht Ich verstehe das überhaupt nicht Boah Alter Igor The Bad Hallo The Bad Das ist ne Fledermaus Weil Bad heißt Fledermaus Und da schieb Okay Ich glaube Das war die Fledermaus Die mich getötet hat Weil der ist korrupt Also ist ein korrupter Spieler Bestimmt Der Fledermaus Mann Und deswegen Hat er mich getötet So Also ganz ehrlich Ich hab langsam gar keinen Bock mehr Auf Homefront Ja Bier Nase Äh Oh Gott Ist das ekelhaft So Ähm Ich glaub Ich Glaub Ich glaub Irgendwas Ich glaub Bestimmt irgendwas So ähm Was ist jetzt los Irgendwas ist grad passiert Irgendwann hat jemand getötet Wo ist denn die Gegner Ich möchte mal wieder Passt Aaaaaah Mama Lass mich Ich will nicht Sterben Ich bin doch zu jung Zu früh Sterben Zum sterben Boah Ich laber so eine gequillte Scheiße Ich merk das selbst Ey Da ist einer Da ist einer Hahahaha Ich hab ihn gekillt Brett So Jetzt bin ich wieder Back in the business Bitses So Ähm Wen schieße ich als nächstes ab Ich glaub die Runde ist auch gleich Mal Mikro Mikro Blätter mal hier So Die Runde ist bei 1000 vorbei Äh Bei 10.000 vorbei Und wir haben 900 Wenn das Wenn ich das richtig sehe Ich glaub wir haben Ja Gleich ist die Runde vorbei Dann können wir auch die Aufnahme beenden Ich würd sagen Ich war ganz gut Dafür Dass ich das Spiel noch nie online gespielt hab Ich hab ihn geduldet Und der nächste Kill Für den Champion Und der hat mich gekillt Okay Komm her Entstehen Ich möchte entstehen Lass mal was anderes noch ausprobieren Lass mal Scharfschützengewehr noch ausprobieren Schuss vor der Funde und so Wir haben ja eh gleich gewonnen Lass mich mal noch ne Runde Snipern Komm das ist ja nicht so Jetzt lass ich jetzt nicht Ich will mal noch Snipern Komm Lass mich schon den letzten Kill machen Wie wär denn das eigentlich Mit der Sniper den letzten Kill machen Das wär sau witzig eigentlich Komm das wär's Wir haben schon 10.000 Kills Wie lang geht denn die Runde? Sag mal einer wie lang die Runde geht? Ihr habt langsam keine Lust mehr für den Scheiß hier Ich würd mal sagen Wir spielen jetzt noch bis 11.000 Dann mach ich aus Weil ich keinen Bock Spaß mehr hab an dem Spiel Entstehen Entstehung Was haben wir noch? Wir haben ja noch taktisch Taktisch haben wir auch noch So Taktisch Entstehung Das ist Getötet Gott Ihr habt mich verschluckt So Noch 3 Kills Und dann mach ich aus Weil es ist gerade Reicht irgendwie mit Homefront und so Oh Gott Bin ich so am Ende 77007 Ruft mal an Das ist meine Handynummer Auf jeden Fall nicht So Wir haben gewonnen Mit 1000 Mit 11.000 Kills Nein Mit 11.000 Punkten Und ich würd jetzt sagen Wir beenden den Part Indem ich in die Luft schieß Das Spiel verlasse Weil es ist mir Das dauert mir alles Viel zu lang Mit dieser Pisse hier Das war Multiplayer Homefront Im Besowski Modus Ich trink noch einen Schluck Alles klar Ich wünsch euch noch viel Spaß Prost Wünsch ich euch Trinkt auch eine Runde Weil Alkohol Ist immer gut Und so Und Peace Peace Ne Yo Und diesmal Muss ich auch nicht Pipi machen Ich bin Ich bin